Die alpinen Wasserwelten ist das Signum und ich glaube, damit können wir ganz zufrieden sein. Wenigstens sieht das 38 Grad Wärme, Thermalwasser. Diese wunderschöne Therme, die uns so viel Geld gekostet hat. Wissen Sie, was sie ist? Nein. Nein. Bei was? Eine widerwärtige Pesthöhle! Nachweisung faulter organischer Stoffe im Wasser. Bakterien unenden, gesundheitsschädlich innerlich wie äußerst. Seitdem ich diese Redaktion übernommen, habe ich den Plan, dieses Proporzregime, diese Bande alter Holzköpfe, die die Macht für sich gepachtet hat, in die Luft zu sprengen. Sie haben die kompakte Mehrheit auf ihrer Seite. Des Weiteren wird erwartet, dass du bei neuerlichen Untersuchungen zu dem Resultat kommst, dass die Wasserverhältnisse bei Weitem nicht so schlecht sind, wie du es den ersten Augenblick eingebildet hast. Mich eine Verräterin nennt. In der Tochterbeziehung vielleicht unter der Wasserverschmutzung geliebt. Je mehr Geld, desto mehr Glück. Ja, mehr Fantasie habt ihr nicht. Wisst ihr was? Ihr seid alle wie eine Horde Tiere, die sich gegenseitig fallen. Hey, jetzt! Jetzt! Ja, haltet mal! Ausrotten sollte man alle Menschen, die in der Lüge leben! Ihr verseucht euer ganzes Land! Wer so denkt und so spricht, der ist ein Feind des Volkes. Wenn sie wollen, kann ich in die Volksfreundin gehen. Wir haben ja nichts mehr zu verdienen.